Ist ja gut, Junge. Jetzt habe ich dich auch mal ein bisschen gezwiebelt. Was sagst du, Gitti? Au, wieso ziehst du mir dein Amor herum? Na, Gitti? Machst du wieder ein Mützchen? Siegfried, die fängt schon wieder jetzt hier an. Jetzt wird mir schon wieder unheimlich. Gitti? Gitti? Wer macht Sachen komische hier? Gitti? Du, Siegfried, die hockt auf den Schrank. Die macht ganz ulkige Sachen. Ihrst liest?